Ich muss dein Elektro-Scherer an, dass die jemanden vorbeischicken. Was ist denn die Fahrnummer? Äh, 5091. Becker, Tag. Könnte Simon jemanden vorbeischicken? Unser Fernseher ist kaputt. Jo. Jo. Ja, und wann kommt jetzt so jemand vorbei? Weil die nächste Woche kommt das Fußballsch... Achso. Jo. Jo. Wer ist denn das? Einfach mal noch länger warten. Schreibt er vielleicht. Ach, guten Tag. Kommen Sie rein. So. Ei, das ist ja Schnellgang. Guten Tag. Tag. So, wo steht denn die Waschmaschine? Was ist die Waschmaschine? Ja, mein Chef hat gesagt, ich soll bei Ihrer Waschmaschine mal nachsehen. Da würde irgendwas mit dem Waschprogramm nicht stimmen.